Im Finale der 2019er Frühlingsliga erwischt Infront den besseren Start gegen Meinestadt. Die Roten legen mit zwei frühen Toren vor. Erst ein Abwehrfehler bringt dann Meinestadt zum ersten Mal auf die Anzeigetafel. Danach ist das Schussglück allerdings nicht zwingend auf ihrer Seite. In Überzahl kann Infront kurz vor der Pause dann sogar noch auf 3 zu 1 erhöhen und nach dem Seitenwechsel machen sie genau da weiter 4 zu 1. Aber Meinestadt bleibt in einer taktisch und defensiv geprägten Partie dran. Doch auf das 2 zu 4 folgt prompt das 5 zu 2 für Infront. Fünf Minuten vor dem Ende keimt dann nochmal Hoffnung auf. Für die Grauen nur noch zwei Tore Differenz, aber in der letzten Minute wird diese Hoffnung beendet. 6 zu 3 und Infront kürzlich zum Sieger der Urban Sports Frühlingsliga 2019.